Die Reise zurück nach Grauschanze ist ereignislos. Nachts hört ihr eure Soldaten an den Lagerfeuern über die Geschehnisse auf der letzten Mission reden. Während Wut und Ungleichheit ist die Reise zurück. Während Wut und Unglauben vorherrschen, mischt sich doch noch etwas anderes mit hinein. Angst. Der letzte Krieg wiegt nur drei Jahre zurück. Ihr könnt nicht zulassen, dass ein weiterer beginnt. Ja, Gold, ich hab die Essenz da. Wenn das nicht die kümmerliche Blasshaut ist. Ja. Hier ist die Geisteressenz, die ihr... Hervorragend! Ich brauche nur einen Moment. Und bereitet euch darauf vor. Meine Waren sind dafür bekannt, den Träger zu überwältigen. Ich bin mir sicher, ich werde beeindruckt sein. Nein, ich spreche hier nicht von einer Metapher. Das Betrachten von Bergholz feiner Arbeit hat schon bekanntermaßen zu Hirnblutungen bei Kunden geführt. Ähm, wie oft ist das schon vorgekommen? Öfter als ihr denkt. Aber hey, was ist ein Leben ohne Risiken und Abenteuer schon wert? Ich kann euch verschiedene Varianten herstellen. Wählt aus, welche euch am ehesten liegt und sammelt euch dann schon mal. Die Resistenzen würde ich sagen. Hier ist sie. Eine Reliquie, sie alle zu binden. Ihre magischen Eigenschaften werden euch sicherlich helfen, andere vom Schlachtfeld zu fegen. Ah, und nehmt auch gleich das hier. Das ist ein kleines Nebenprodukt von meiner Arbeit. Damit könnt ihr nach beliebten Leichen einäschern. Ganz ohne Öl. Ich will aber keine... Auf ein andermal! Ach, bei Zarrachs Zähnen, wartet! Falls ihr über noch mehr rachsüchtige Geister stolpern solltet, bringt mir ihre Essenz. Ich kann dann vielleicht noch mehr Macht in euer Schmuckstück hämmern. Gut, seid bedankt, Bergholz. Achso, das ist so ein Endlos-Quest, okay? Ich muss weitergehen. Ja, ja, wie immer ihr wollt. Zurück an die Arbeit. Nun gut. Hm, nichts Neues heute. Ja, kommt nur näher. Ich habe, was ihr braucht. Brauche ich alles nicht, den ganzen Kram, was wir nicht brauchen, können wir einfach mal verkaufen. Noch mal wieder so ein bisschen mehr Platz hier. 11.000 Gäuern, das sieht so schon mal nicht schlecht aus, oder? Aus dem Weg. Was ist das? Sucht ihr Tränke oder Schriftrollen. Glückwunsch, ihr habt sie gefunden. Lebt wohl. Das sieht gut aus, okay. Weiter so. Dann rein in den Thronsaal. So weit, so gut. Es ist Zeit, ihre Majestät bericht zu erstatten. Na, zuerst sage ich Jaros Bescheid wegen seiner Schwester. Ich höre. Siege-Resistenz ist mittlerweile schon so krass, da kann sonst gar keiner mehr irgendwas. Windwall zu seinem einstigen Glanz zurückführen. Das ist schlimmer als gedacht. Ich verstehe es nicht. Und die Leute glauben diesen Unsinn wirklich? Ich bin nicht überrascht. König Rorek war nie sehr beliebt. Er war ein schlechter Herrscher. Launisch und grausam. Es ist nicht halb so schlimm gewesen, wie dieser Arrakis es darstellt, aber Windholme hat unter ihm gelitten. Es ist nur logisch, nach so langer Zeit der Entbehrung einen Erlöser zu suchen. Wir sollten einen Botschafter schicken. Vielleicht können wir das auf diplomatischem Weg lösen. Wir haben es versucht, während ihr fort wart. Die Wachen an der Grenze haben unseren Unterhändler direkt zurückgeschickt und es sehr deutlich gemacht, dass sie nicht mehr auf menschliche Lügen hören wollen. Oh, das wäre dann diese Idee gewesen. Wer auch immer dieser Priester ist, wir sollten ihn aufhalten. Er ist gefährlich. Einen Moment, General. Windholme ist nicht unser Zuständigkeitsbereich. Sollten wir die Zwerge die Sache nicht unter sich regeln lassen? Dreykot war schon der zweite Angriff auf Nothanda. Und es könnte nicht der letzte gewesen sein. Ich werde darüber nachdenken. Wie auch immer, ihr habt euch vorbildlich verhalten, General. Es gibt noch eine weitere Sache, um die ich euch im Rahmen eurer Prüfung bitten will und die ebenso wichtig ist. Skada? Selbstverständlich. Ich werde mich kurz fassen. Ich glaube, dass die Entität, die Ronda Lakaien mit Arwenir verwechselt hat, erneut unsere Welt zu betreten versucht. Der Gott des Lichts. Ihr klingt nicht überrascht. Ich hatte einen Verdacht. Wie auch immer. Bitte sprecht weiter. Natürlich. General Erev, habt ihr jemals vom Gewebe der Seelen gehört? Nein. Es ist ein Muster. Jedes intelligente Lebewesen besitzt einen Funken von Magie. Eine Flamme, die direkt mit dem Urfeuer in Verbindung steht. Der Essenz des Lebens. Und mir sind Veränderungen in diesem Muster aufgefallen. Eine Unstimmigkeit, wenn man es so nennen will. Iria, der Zirkel und die Gelehrten von Grauschanze haben nach der Reinheit genauer zum Gott des Lichts nachgeforscht, oder? Was wisst ihr darüber? Nur sehr wenig. Es ist eine Entität, die an einem Ort zwischen den Realitäten existiert und eine Welt verschlingt, sobald sie sie betritt. Mehrere Religionen und Mythen verweisen darauf. Besonders jene aus der Frühzeit Eos. Es ist also, anders gesagt, eine uralte Gottheit. Wir folgen derzeit einer vielversprechenden Spur. Aber noch können wir nichts Genaues sagen. Jetzt habt ihr meine Neugierde geweckt. Ich verstehe. Ihr seid ziemlich gut darüber informiert. Wie das? Nun, vermutlich, weil das mein Beruf ist. Bevor ich ins Exil ging, habe ich... Ähm... Wie soll ich das umschreiben? Ich habe die ätherischen Aspekte des Lebens studiert. Geburt und Tod, das Wunder des Bewusstseins, die Natur der Realität. Die Welt ist sehr viel mehr als nur das, was wir sehen können. Das ist ein ziemlich umfangreiches Forschungsgebiet. Das mag sein, aber all diese Dinge stehen miteinander in Verbindung. Es sind Phänomene, die nicht nur durch reine Beobachtung verstanden werden können. Was für eine Art von Unregelmäßigkeit habt ihr beobachtet? Das ist schwer zu beschreiben. Um uns weiter in der Metapher zu bewegen, dass jedes Lebewesen eine Flamme ist, dann wäre die Gesamtheit des Lebens eine Million von Lichtern in der Dunkelheit. Und in letzter Zeit erlöschen Lichter in einem seltsamen Muster. Ganze Gruppen auf einen Schlag. What? Vielleicht Schlachten? In Schlachten sterben die Kämpfenden einer nach dem anderen. In schneller Folge, sicher, aber nicht exakt zum selben Zeitpunkt. Dies ist anders. Stellt euch 50 Kerzen vor, die nebeneinander stehen und alle im selben Augenblick gelöscht werden. Und warum denkt ihr, dass dieses Erlöschen etwas mit dem Gott des Lichts zu tun haben könnte? Das ist einem Laien schwer zu vermitteln. Grob gesagt, sind die Muster ähnlich wie das, was im Gewebe der Seelen geschah, als Ronda Lakaim in den Reinheitskriegen den Riss geöffnet hat, um den Gott des Lichts in unsere Welt zu lassen. Es ist, als habe sich etwas verschoben. Aber wo es damals ein Stoß wie ein Erdbeben war, fühlen sich diese erlöschenden Lichter an wie kleine Erschütterungen. Ich verstehe. Könnten die Zwerge hinter diesem Verschwinden von Seelen stecken? Der hohe Hierophant Arrakis? Ich bezweifle es. Die einzige Magie, die Zwerge beherrschen, ist das Erdform. Und selbst wenn sie das Gewebe der Seelen beeinflussen könnten, wüsste ich nicht, welchen Vorteil es ihnen bringen sollte. Das soll nicht heißen, dass ihr mit dem Gedanken falsch liegt. Ich halte es nur für unwahrscheinlich. Gut, fassen wir zusammen. Ihr denkt, dass der Gott des Lichts in unsere Welt zurückkehren will und sich das durch eine Unregelmäßigkeit im Gewebe der Seelen zeigt? Korrekt. Und ihr seid hier, weil ihr ihn aufhalten wollt? Ich war so frei anzunehmen, dass wir das alle wollen. Also ja. Aber wenn ihr noch einen weiteren Anreiz braucht, um euch darum zu kümmern, so glaube ich, dass wir mit der Suche nach dem Ursprung dieser verlöschenden Flammen auch noch eine andere Sorge der Krone aufklären könnten. Tahars Tod. Wie? Nun, Tahar wurde bei der Untersuchung von Gerüchten getötet, in denen es um das Verschwinden von Einwohnern kleiner Dörfer ging. Korrekt. Der Zufall will, dass ich erst vor kurzem ein weiteres solches Erlöschen von Seelen in einem Dorf in Laa beobachtet habe. Im Reich der Dunkelelfen. Ihr denkt, Tahars Tod und das Verschwinden der Dörfler hängt zusammen. Es ist eine Wahrheit. Selbst wenn es keine Verbindung gibt, Skadar hat recht. Es ist in unser aller Interesse, diese Bedrohung zu untersuchen. General Erev, ihr und die Wolfsgarde werdet diesen Fall der jüngsten, erlöschenden Seelen in Laa untersuchen. Versucht herauszufinden, wer dahinter steckt und ob es tatsächlich eine Verbindung zum Gott des Lichts und vielleicht sogar zu Tahar gibt. Reiz, Skadar und seine Söldner werden euch begleiten. Söldner? Die Schwarze Kompanie. Was, wenn die Reinheit hinter beidem steckt? Den verschwundenen Leuten und Tahars Tod? Es ist möglich, auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, wie sie das geschafft haben sollten. Zudem war es ihr Ziel, Armonia in diese Welt zu holen und nicht in Gottes Licht. Vielleicht beten sie diesen neuen Gott an. Das bezweifle ich. Aber wir werden es schon bald genug herausfinden. Ist es nicht riskant, die Wolfsgarde zu einem weiteren Fall von verschwundenen Leuten zu schicken? Ja, ist es. Nur noch ein weiterer Grund, wachsam zu bleiben. Aber warum benötigt ihr die Hilfe der Krone dabei? Warum fragt ihr nicht euer eigenes Volk? Weil er verbannt wurde. Korrekt. Ich habe meine Position im Reich des Hohen Vaters aufgegeben. Und auch wenn ich mich selbst um diese Bedrohung kümmern würde, übersteigt es doch meine persönlichen Möglichkeiten. Daher kam ich hierher, um Hilfe zu suchen. Wie kam es dazu, dass ihr euer Land im Stich gelassen habt? Es waren persönliche Gründe. Hm. Und warum habt ihr überhaupt die Verantwortung für die Sache auf euch genommen? Weil das Ende der Welt mich ebenso betreffen würde wie euch. Ich bin kein Idealist, General R.F. Aber diese Bedrohung ist für uns alle zu groß, um sie zu ignorieren. Ja, da stimmt halt, ne? Gut, wenn ihr die Wahrheit sagt, dann ist diese Sache von entscheidender Wichtigkeit. So ist es. Wofür brauchen wir Söldner? Die Wolfsgarde hat eigene Truppen. Nun, ich habe Grund zur Annahme, dass für diese Mission einige sehr spezielle Fähigkeiten nötig sein werden, über die eure Leute nicht verfügen. Dunkel-Elfische Fähigkeiten, wenn man es so sehen will. Und macht euch keine Sorgen. Da ich auch ein persönliches Interesse daran habe, diese Angelegenheit zu klären, habe ich die Kosten bereits gedeckt. Zumindest für diese Mission. Es ist besser so. Nordrheinische Einheiten in das Gebiet der Dunkel-Elfen zu verlegen, wäre ein politischer Drahtzeilakt. Wenn es nur Söldner sind, nun, niemand kann beweisen, dass sie für uns arbeiten. Was ist diese schwarze Kompanie? Ehemalige Soldaten der Dunkel-Elfen. Sie sind neu auf dem Markt. Aber was es auch wert sein mag, ihr Anführer ist ein Bekannter von mir. Und somit weiß ich, dass sie zuverlässig sind. Das Dorf liegt ungefähr eine Woche von hier entfernt. Daher werdet ihr mit der Kompanie so bald als möglich aufbrechen. Geht dorthin und findet heraus, was geschehen ist. Diese Audienz ist hiermit beendet. General, konntet ihr einige der Überlebenden finden? Das habe ich. Sie kannten eure Schwester. Und? Wussten sie, was mit ihr passiert ist? Sie half ihnen zu fliehen. Als sie selbst entkommen wollte, wurde sie von Schutz zu Fall gebracht. Die Soldaten waren schon nahe und so mussten die anderen sie zurücklassen. Also, haben sie sie zum Sterben zurückgelassen. Botschafter, sie blieb dort, um so vielen wie möglich die Flucht zu ermöglichen. Dass sie noch leben, bedeutet, dass ihr Opfer nicht umsonst war. Nein, sie haben ihre Freundlichkeit ausgenutzt. Sie haben ihre Leben mit dem meiner Schwester erkauft. Sie hatte der Welt noch so viel zu geben. So viel, was sie noch hätte tun können. Aber stattdessen starb sie. Allein und verlassen. Bitte entschuldigt mich, General. Ich möchte jetzt alleine sein. Ehrlichkeit ist mir sehr wichtig. Deswegen bin ich auch zu ihm ehrlich. Was gibt es? Nun gut, dann geht's jetzt für uns auf in das Iaranische Sumpfland. Zu den Dunkelelfen. Wir sprechen nochmal mit den Leuten hier, falls das irgendwas bringt. Und dann geht's auf. General, ich hatte gehofft, dass ihr hier vorbeikommt. Hättet ihr einen Moment Zeit für ein Gespräch? Natürlich. Worum geht es? Oh, ich... Ich wollte mich entschuldigen. Ihr wisst schon, dafür, dass ich so... So kalt war, als ihr hier ankamt. Es ist nur... Ich vermisse Tahar so sehr. Das kann ich mir vorstellen. Wie standet ihr zueinander? Ihr meint, wir... Oh, nein. Wir waren kein Paar. Aber ihr, General... Gibt es jemanden, den ihr wahrhaft euren Freund nennen würdet? Jemand, der euch einfach... Versteht. Jemand, der immer hinter euch stehen wird. Also, mir fällt hier gerade keine ein. Wir könnten jetzt natürlich so tun, als hätten wir eine Backstory und da, wo wir auf unserer Mission waren, da... Nicht wirklich, nein. Hm. Dann wird es für euch vermutlich schwer sein, das nachzuvollziehen. Wir hatten immer diese langen Gespräche, vor allem in den Monaten nach den Kriegen. Bei einem Krug Bier, manchmal bei einem Spaziergang durch die Festung. Tahar war die erste Person, bei der ich das Gefühl hatte, dass ich ihr alles erzählen konnte. Ohne Misstrauen, ohne Vorbehalte. Ich glaube, es ist sehr selten, dass man jemanden findet, dem man einfach so... Vertrauen kann. Aber, General, die Sache war die... Tahar hatte einen inneren Kampf ausgefochten. Albträume, Halluzinationen, Panikattacken. Die Liste ist lang. Ich meine, wie würde es euch gehen, wenn ihr... Eure eigene Mutter hätte töten müssen, nachdem ihr gerade erst erfahren hattet, dass sie noch lebt? Tahar war traumatisiert. Das wollt ihr doch sagen, oder? Ja. Es war aber nicht allgemein bekannt. Tahar bestand darauf. Alle anderen bekamen nur die Heldenfigur zu sehen, die die Wolfsgarde anführte. Aber mir gegenüber war das anders. Als die Nachrichten von den Vermisstenfällen uns erreichten und die... ...Hoffnung des Landes in den Reinheitskriegen darauf bestand, dass die Wolfsgarde ermitteln sollte, war ich dagegen. Ich hielt es für eine schlechte Idee. Es war eine zu eilig getroffene Entscheidung. Das Risiko zu groß. Und genau das habe ich Tahar auch gesagt. Die letzten Worte, die wir miteinander sprachen, waren voller Wut. Genau hier in der Wolfshalle. Und das... Das bricht mir einfach das Herz. Denkt ihr, dass das Trauma mit zu Tahars Tod geführt hat? In dem Sinne, als dass es zu schlechten Entscheidungen beigetragen hat? Ja. Ja, ich denke, das hat es. Ich weiß nicht, ob es euch helfen kann, aber ich weiß, wie es ist, jemanden zu verlieren. Es tut mir leid, dass ihr das durchmachen müsst. Danke. Ich weiß es zu schätzen. Wie auch immer, entschuldigt den langen Monolog. Ich denke, was ich eigentlich sagen wollte, ist, sollte ich mich jemals wieder wie eine verzogene Prinzessin verhalten, dann vermutlich, weil ich mehr Zeit brauche, um all das zu verarbeiten. Ich verstehe das. Oh, kann ich euch etwas fragen, General? Was? Das Amulett, das ihr immer tragt. Verbirgt sich dahinter eine Geschichte? Ich mag mich irren, aber ich habe den Eindruck, dass dieses Schmuckstück für euch wichtig ist. Oh, das? Das hat mir jemand in Imperia gegeben. Ah, ich verstehe. Entschuldigt, ich wollte nicht aufdringlich sein. Schon gut. Ihr könnt mich alles fragen. Ihr werdet noch bereuen, das gesagt zu haben. Ich schätze, ich sehe euch bald wieder hier, General, oder? Danke für das Gespräch. Keine Ursache. Und diese kleinen Gespräche sollte man auch führen, um die Beziehung zu den Leuten zu stärken. Dementsprechend gucke ich mal, Breit auch noch irgendwas zu sagen kannst. Wir sollten später noch miteinander reden, oder nicht? Okay, du nicht, nein. Iria ist, glaube ich, auch die Hauptperson, mit der man diese Gespräche führen kann. Das geht nicht mit allen. Gut, dann sind wir hier soweit durch, und es geht auf zu den Dunkelelfen. Dunkelelfen freigeschaltet, yeah. Das geht für uns sehr, 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 sehr weit nach Osten. Zu den Laranien Swamplands, nicht mal übersetzt. Okay, hier ist die Hauptquest. Wir haben keine Markierung für die Nebenquest mit dem rachsüchtigen Geist, also müssen wir einfach abwarten und gucken. Als ihr und die schwarze Kompanie Graufurt hinter euch lasst, fällt ein leichter Regen, der auch noch für Tage anhält. Das Land liegt in einem seltsamen Halblicht da, als hätte die Sonne einen Teil ihrer Lebensenergie eingebüßt. Und dennoch herrscht um euch ein Eindruck von neuem Erwachen. Kinder spielen auf den Dorfstraßen, Bauern arbeiten mit müder, aber zufriedener Miene auf ihren Feldern. Vielleicht hatte die Königin recht, denkt ihr, als ihr euch am Ende des ersten Reisetages in euer Zelt zurückzieht. Vielleicht ist dies der Anfang einer neuen Ära. Ihr schlaft nur allzu leicht ein. Der Traum? Es ist etwas anders als sonst. Oh shit! Wir? Nun, das ist unerwartet. Was meint ihr damit? Ihr seid schon hundertmal hier gewesen. Aber euer Geist hat euch nie über diesen Punkt hinausgehen lassen. Und doch seid ihr jetzt hier. Und etwas an euch ist anders. Ich frage mich, was es ist. Habt ihr endlich aufgehört, euren eigenen Schatten entkommen zu wollen? Ich weiß nicht, wovon ihr da redet. Können wir jetzt mit dem Unsinn aufhören und weiter zu eurem Dorf reisen? Die Dämmerschlechter werden nicht auf uns warten. Wie ihr befehlt, General. Wo waren wir? Reichtig. Ihr und ich waren auf dem Weg zu einem Treffen mit Oberst Rekos in Kavil, um die Verteidigung des Dorfes zu organisieren. Um die umherstreifenden Orks zu meiden, die zu erledigen ihr meinem Sohn Kiran befohlen habt, haben wir einen geheimen Weg genommen. Geht voraus, General. Schreitet hindurch. Hier entlang. Hier drüben. Wenn ihr mir die Bemerkung erlaubt, General. Ich verstehe, warum mein Sohn euch bewundert. Ihr seid ein guter Anführer. Was lässt euch das denken? Nun, ihr zögert nicht, euer eigenes Leben für das höhere Wohlaufspiel zu setzen. Ihr hättet auch einfach beim Außenposten bleiben können, aber ihr habt euch dagegen entschieden, um meinem Dorf zu helfen. Das ist die Entscheidung eines wahren Anführers. Die Krone scheint euch da nicht zuzustimmen. Was meint ihr damit? Ich... Es gibt einen weiteren nordhandischen General, der derzeit in Empiria dient, Karos. Letzte Woche hat die Krone beschlossen, ihn statt mich zum Generaloberst zu befördern. Obwohl er den ganzen Tag nichts weiter tut, als untätig herumzusitzen. Oh, das tut mir leid. Ach, schon gut. Es ist nur ein Titel. Was ist das? Aus dem Weg. Gut. Jetzt müssen wir nur noch der Straße zum Ort fort. Bei den Wächtern. Seht ihr das? Leider ja. Ein toter Ork. Seltsam. Was macht er so nah beim Dorf? Ich verstehe das nicht, General. Ihr sagtet, sie würden erst bei Einbruch der Dunkelheit eintreffen. Unseren Kundschaftern nach sollten sie erst dann hier sein. Es tut mir leid. Ich verstehe das selbst nicht. Aber es besteht immer noch kein Grund zur Panik. Der eigentliche Teil der Horde kann die rote Anhöhe noch nicht passiert haben. Und selbst wenn, ist Obers Rikus vor Ort. Aber... Es ist alles gut. Also, wo ist jetzt das Dorf? Wir sollten keine Zeit mehr verschwenden. Gut. Gut. Ich zeige euch den Weg. Folgt mir. Bleibt nah bei mir. Eine weitere Barriere. Und da sind wir wieder. Ich dachte mir schon, dass das passieren würde. Was... Was ist das? Habe ich euch das nicht schon erklärt? Es ist eure Feigheit. Ja, ihr habt ein wenig Dreck weggeschaufelt. Aber offenbar seid ihr weiterhin nicht bereit, die darunter vergrabenen Leichen zu sehen. Aber ich verstehe das, Erev. Ich hätte auch Angst. Und jetzt geh wieder in Ordnung. Zeit aufzuwachen. Ihr fahrt aus dem Schlaf hoch. Abgesehen vom Zirpen der Zikaden und dem Knistern in der Feuerschale eures Zelts, erscht Stille. Mit einem Seufzen lasst ihr euch zurück ins Bett sinken und versucht, das soeben Geschehene zu verstehen. Eine Stunde später, als die Amseln und Fasane ihre Stimmen erheben, steht ihr auf und wandert durch das still da liegende Lager. Am selben Tag erreicht ihr am späten Nachmittag die Grenze zu den laranischen Sümpfen. Den Karten nach seid ihr in der Nähe des Dorfes, wo sich der Vorfall ereignet hat. Da wären wir, der laranische Sumpf. Was für ein lieblicher Ort. Gibt es einen Grund dafür, dass Dunkelelfen in Höhlen siedeln? Die Luft kann es nicht sein. Weil sie einfach zu verteidigen sind. Ich habe die verschwundenen Seelen zu einem Dorf tiefer im Sumpf zurückverfolgen können. Es ist nicht mehr auf der Karte verzeichnet, aber wir sollten schon in der Nähe sein. Ich schlage vor, dass wir einen Blick darauf werfen, während die Schwarze Kompanie im Süden das Lager aufschlägt. Und ihr seid euch sicher, dass sie nicht einfach nur das Geld einstecken und dann abhauen werden? Sie müssen bewaffnet und bereit sein, falls wir hier auf eine hässliche Überraschung stoßen. Sie werden bereit sein, wenn wir sie brauchen. Wollen wir, General? General. Was? Oh ja, sicher. Entschuldige dich. Ich habe nicht gut geschlafen. Das habe ich gehört. Gehen wir. Diese Sümpfe sind ziemlich groß. Mal sehen. Klingt gut. Ralkain. Blassblüter. Bei den... Wartet. Wir wollen euch nichts tun. Wir... Tötet sie! Sie wollen uns was tun. Ich muss mich konzentrieren. Elends Regen. So schnell geht das nicht. Bei Tiaras Atem. Warum... Warum haben sie uns angegriffen? Wer war das? Infiltratoren. Dunkelelfische Soldaten. Klauen. Es steht schlimm. Kommt, reden wir mit dem Überlebenden. Was gibt es? Was ist das? Hallo? Geht es euch gut? Die Augen des Mannes scheinen direkt durch euch hindurch zu sehen. Blut sickert aus den Bisswunden an seinen Beinen. Scheint sich unserer Anwesenheit gar nicht bewusst zu sein. Erinnert mich unangenehm an den Zwerg, den wir in Windwall gefunden haben. Der beim Archäologen. Natürlich. Right. Was haltet ihr davon? Er ist leer. Hä? Dieser Mann. Jemand hat ihn seiner Seele beraubt. Das ist... Interessant. Das ist creepy. Denkt ihr, diese Dunkelelfen haben das getan? Das wäre die einfachste Erklärung, oder nicht? Die Frage ist, wie sie das getan haben. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Wie bei dem Zwerg in Windwall? Nicht ganz. Der Zwerg in Windwall besaß noch einen Rest seiner Seele, so als wäre nur ein Teil von ihm geraubt worden. Dieser Mann ist fort. Gänzlich und absolut fort. Woher wisst ihr, dass seine Seele fort ist? Wie gesagt, das ist mein Beruf. Normalerweise besitzt jedes Lebewesen eine Flamme, die stirbt, sobald die Hülle ihre Funktion aufgibt. Der Körper dieses Mannes hingegen scheint intakt zu sein. Nur seine Essenz ist fort. Das ist grauenhaft. Anders gesagt, hat ihm jemand seine Seele gestohlen? Im Grunde ja. Er kann nicht hören, nicht fühlen, nicht denken. Er ist zu einer leeren Hülle geworden. Ich denke, damit haben wir den Grund für die verschwindenden Seelen gefunden, oder? Und diejenigen, die dafür verantwortlich sind. Vermutlich ja, aber wir sollten keine voreiligen Schlüsse ziehen. Sehen wir erst einmal, was im Dorf geschehen ist. Gut. Lasst uns... Moment, was geschieht hier? Oh shit! Er greift uns an. Rechter. Was... Was war das? Er hat sich verwandelt? Das hat er. Aber warum? Denkt ihr, dass er auf unsere Anwesenheit reagiert hat? Nein. Nein, das glaube ich nicht. Es fühlte sich eher an, als habe jemand das gezielt ausgelöst. Ihr meint, jemand weiß, dass wir hier sind und hat den Mann in dieses Ding verwandelt? Vermutlich derjenige, der seine Seele gestohlen hat. Ich schlage vor, dass wir das Dorf so schnell wie möglich finden, General. Absolut. Lasst uns wachsam bleiben. Ich habe nachgedacht, Reit. Könnte diese Unstimmigkeit vielleicht eine Mutation des Blutbrandes sein? Telepathie, gestohlener Verstand. Es klingt ähnlich, oder? Nein. Warum seid ihr da so sicher? Weil ich nach dem Tod meiner Familie durch den Blutbrand wenig anderes getan habe, als die Krankheit zu studieren. Sie hat nichts hiermit zu tun. Eure Familie. Finden wir einfach das Dorf in Ordnung. Finden wir. Und zwar im nächsten Part von Spellforce 3 Reforce. Äh, Soul Harvest. Ich sage, glaube ich, immer aus Versehen Reforce. Gut, dankeschön fürs Einschalten, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020